Ja, den Punkt aber nicht bekommen. So schlecht, das ist so lächerlich, wirklich. Wo ist denn der dritte Platz? Ja, Karre kippt um. Fasse mein Leben. Ja, gönn dir, gönn dir, ganz ehrlich. Da ist das Ziel da hinten. Nimm, nimm du. Oh nein, fahr schnell. Ah, der dritte ist direkt da. Ja, fahr schnell, soll ich machen? Die Karre ist der größte Rotzhaufen. Das Problem ist, der dritte kommt da direkt. Der muss brem sein. Nein! Ich habe extra gewartet, hat es nicht gereicht. Ey, wieso, ich bin jetzt so ein Scheißauger, ich rasch das Geld richtig aus, Mann. Einen wunderschönen guten Tag und einen herzlichen Toyota Multipla Blabli Bluff. Herzlich willkommen für eine weitere Folge von GTA Online. Wir sind wieder auf dem Mega Game Server am Start, mit einem wunderschönen Rennchen und dem lieben Dennis. Guten Tag. Einen wunderschönen BMW auch von mir. Scheiße, der Multipla ist nicht mal von Toyota, das ist ein Fiat. Das ist schon anders belotzt. Ey, welchen nimmst du durch? Überleg den schwarzer zu nehmen. Ja, ich nehme jetzt auch erstmal den schwarzer. Boah, das hat man so geschafft, ey. Jawohl, ab geht's. Es wäre wieder ein länges Rennen hier am Start. Ein langes Rennen. Und ja. Auf dem Flugfeld geht's los, dann geht's rein in die Stadt. Die Strickheit, die kennen wir ja. Oh, ein Punkt der Punkt. Das ist aber viel am Flugfeld diesmal. Das ist alles am Flugfeld. Oh, ein langes Rennen nur am Flugfeld. Das kenne ich gar nicht. Das ist nur am Flugfeld ist. Was? Okay. Wir sind gerade 36 Spieler. Ich fange mal mit einer soliden Top 10 an. Ich habe ja gesagt 18, weil es die Hälfte ist. Ob wir natürlich, dass ich besser bin oder werden sein kann. Was auch immer. Das ist scheiß Kramatik, wer sich das ausgedacht hat. Oh no. Oh no. Ich möchte mal eine Tire Seat denn. Ja, perfekt. Jawohl. Das ist gut. Das freut mich jetzt auch wieder blendend. Das bedeutet, jetzt sind wir wieder hier mit voller Energie am Start. Ich habe ja noch mit der Aufnahme der letzten Session an. Ich gucke, es sah ja richtig scheiße aus. Also. Ja, ja. Jetzt geht's. Und ja, lo, auf das, Paul. Ja, hau die Frau um. Ja, hau die Frau um. Mehr sage ich dazu nicht. Wir haben noch endlich Windschatten, Bruce hier. Ich will Windschatten haben und meine Hupe aktiviert sich. Scheiße, den Windschatten schlecht aktiviert. War wunderbar sauber angebremst. Warum geht mir den? Jetzt bringt er mir noch nichts. Ja, jetzt bringt er mir was. Das ist er. Jetzt geht er nach vorne. Platz 1. Jawohl. Jetzt ist es ja alles noch wunderschön gleich. Ich kriege den Voodoo Custom und lege mich erstmal auf die Seite. Jawohl. Oh, nee, Digga. Jetzt kriege ich schon wieder so eine Bestrafung, ja. Aber der hinter mir hat ein Laster. Komm schon, mehr Damen. Mehr Damen. Da bist du ja. Oh, ich habe so eine richtige Schleuder bekommen, ey. So eine richtig lahme Kiste. Ja, dass der Laster so schnell ist wie ich, Digga. Und jetzt kriege ich hier diese scheiß Polizei. In Turnu. Ja, wahrscheinlich. Da ist er auch direkt vor mir. Da fährt er weg. Das kann doch nicht wahr sein. Gib mir Booster. Gib mir noch Booster. Ich könnte viel weiter vorne sein, wenn ich so einen Dünnschiss zusammenfahren würde. Komm, jetzt gib mir mal Windschatten hier. Hey, ich habe doch den... Ich habe doch gerade den Sound bekommen. Digga, aber dieses Stück war so lang. Ich habe so viel verloren gerade. Komm, jetzt gib mir mal Superlea. Ja, Superlea. Jawoll. Ja, Supersportlea. Jawoll. Der GP1. Jetzt geht es nach vorne, Freunde. Ich sage es euch ganz ehrlich. Komm, 10 ist noch drin. Ich kriege den aber auch jede Runde. Den Emporea. Oh, ja. Und da kriege ich nur auf ein scheiß kurzes Stück dieses Super-Lativ-Auto. Jetzt habe ich wieder nur ein Durchschnitts-Auto. Aber damit komme ich auch nach vorne. Ich werde so durchgereicht, Mann. Alter, der hat ja eine Bremseanlage vom Feinsten. Wo bist denn du jetzt? Ja, du brauchst mich gleich. Mann, Digga, ich kriege nicht mal Windschatten. Ja, weee. Windschatten-Booster, Junge. Jetzt zieht die Kacke aber weg hier. Ja. Digga, die ist heute ganz voll okay. Ja, und der Tyrant. Ja. Oh, Taco-Wenn. Jawoll. Jetzt geht es nach vorne, Digga. 250 und noch Booster rein. 200, 300. Oh, mein Gott. Da arbeiten wir uns doch wieder nach vorne hier. Ich rutsche mal lieber. Tega. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Und jetzt kriege ich Laster. Jawoll, da ist der Laster. Nee, der Dynasty. Oh Gott, so ein Oldtimer. Wie er trotzdem 190 fährt. Mit Windschatten. Krieg keinen Windschatten-Booster. Egal, durch den Booster kann ich hier gerade dranbleiben und bin auf Platz 4. Hey. Da wo, wo, äh, die Entfernung zu dem... Ja, Phantom. Ach komm, jetzt gib mir nochmal ein gutes Wind. Ja, der Laster. Und ich bekomme auch den Sentinel-Klassik. Ich bin so durchgereicht, ey. Wirklich, drei Tricks-Fahrzeuge hintereinander. Ich bin einfach Zweiter. Also, wenn der letzte nicht in Formular wird, weiß ich auch nicht. Komm, wenn jetzt noch ein Supersportler kommt, dann können wir hier um den Sieg fighten. Er hat verkackt. Und ich kriege aber den Drift, Yosemite. Warum kriege ich den Drift, Yosemite? Komm, zieh! Oh mein Gott, er ist voll schnell. Ah, doch nicht. Scheiße! Oh mein Gott! Alter, leck mich am Arsch. Erstes Rennen. Nein! Nein, er hat Motorrad oder was? Da ist das Ziel oder was? Nein! Digga, weil ich verkackt hab. Das wär'n Sieg! Zweiter! So'n Scheiß, Alter! Oh Mann, ey. Wenn ich da nicht gegengefahren wär. Hätt' ich gewonnen. Wow! Oh mein Gott, was ist das denn? Was bist du denn? Alter! 21. Ich spring da gegen dieses Ding, das ist so lächerlich. Ey, es ist doch scheiße! Ja, der Typ vor mir hat einfach so'n Kack-Wendel und das tausendmal schneller, oder was? Ja, genau, da bin ich auch gegengefahren. Das hat mich den Sieg gekostet. Mein Gott, das ist so schmerzend. Und er rettet sich noch auf Angst. Ich krieg immer als letztes ein brauchbares Auto und das ist... Ey, so'n Scheiß, Alter! Ich hätt' so was von easy gewinnen können und dann fahr' ich da gegen dieses Scheiß-Schild, Mann. Ich war nur 1,1 Sekunden hinter ihm. Chica Baby! Geiler Name, Mann. Hat hier worden. Glückwunsch! Beim nächsten Mal dann vielleicht. Vamos! Ich hab' auch wieder gute Autos gehabt, muss man schon sagen. Weiter geht's mit 42 Spielern! Ein Medium-Rennen in der Stadt und ich würd' mal ganz ehrlich, ganz frech den Krieger auswählen. Gibt's den? Hoffe ich mal, dass es den gibt. Den gibt's so viel, wenn's den Krieger nicht gibt. Ich flipp richtig aus. Gibt's nicht. Ah, IJ-Kars! Ich tick aus. IJ-Kars, den gibt's nicht. Scheiße, was nehmen wir denn? Ich seh'n hier... Bla, Meteor, Alter, was ist das denn? F1-Spider. Digga, ich weiß nicht. Digga, ich nehm' jetzt erst mal den Rosieres, Alter. Ja, zweiter Platz, also... Ich nehm' den Divester-Aid. Ja, also... Gut, jetzt sind wir 42 Spieler. Ja, ich geh' jetzt mal auf Top 5 hoch, würd' ich sagen. Ich mach' jetzt erst mal 20, weil die Ebene hab' ich mir jetzt hier auch nicht erreicht. Ja. So, ja, ich hab' jetzt den Rosieres, gucken wir mal. Kann gut sein, der Wagen. Aber wir haben ja eh nicht lange. Ich krieg' eh dann wieder den Muldenkipper. Oh, ist wieder ein schönes Stadt-Re... Oh, ne, nicht mitkommen. Ne, nicht Gelände. Warum Gelände? Ich hasse Gelände! Was war denn das? Ja, Digga, einfach alles Gelände, oder was? Schon wieder Gelände-Rennen. Aber du kriegst vor dem Gelände, kriegst du nochmal ein Fahrzeug. Okay, das... Ja, Digga... Ist echt kurz, das Rennen. Ja, ist ja Medium noch. Oh, Digga, hab' ich gar keinen Bock draus. Mal wieder vier Rennchen, oder so. Guck mal, mach' mal. Jetzt wollen wir erstmal einen Perfekt-Fart. Perfekt-Fart! Ja, ich war bei 98. Jawoll, ich hab' 100. Jetzt gehst du los. Ja, oh, die A2 sagt, wacke schön und ab geht's. Wo bist du, da vorne? Ja. Von mir fährt Kapitan Amerika. Ja. Bastischer Start. Gleich mal ein paar Positionen hast du gut gemacht. Boah, nee, der rutscht ja nur hier, dieser Scheißwagen. Boah, der Osiris fährt sich ja richtig scheiße. Hier kann ich mal kurz den Boost aktivieren. Yeah. Ich hab' mir nur davon rast. Nee, aber hier gibt's schon wieder die erste... Oh, nee, Digga. Oh, nee, Digga. Oh, ja, Kalamari, Digga. Ich bin zu schnell und es leckt. Alter. Versuch mal mit 20 FPS zu spielen. Tja. Wieso hast du mit 20 FPS? Weiß ich auch nicht. Digga, ich hab' so ne Scheiß-Geländekarre und fahr' grad allen nach vorne oder was? Boah, der fährt richtig schnell hier. Oh, so ne Scheiß. Platz besorgt, ey. Ach so. Bis erster. Oh, ciao. Oh, jetzt werd' ich überholt, weil der Typ einfach ne geilere Karre hat. Oh, jetzt werd' ich überholt, weil der Typ einfach ne geilere Karre hat. Mann, Digga, es nervt mich mit diesen Scheiß-Lags zu spielen. Das ist ja normal. Was soll der Müll? Warum leckt es denn jetzt hier? Versteh's nicht. Jetzt wird dieser Drecksrechner aber wohl auf die Reihe kriegen, hier so ein paar PC darzustellen. Egal, er kriegt den Nero. Das ist ja schon wieder ein Schicker-Baby, gegen den ich hier fahre. Kann doch nicht wahr sein. Er kriegt den Glendale Custom. Alter, ich seh' nur Rauch hier. Wirklich. Oh mein Gott, Digga, wer soll denn so spielen? Alter, er ist zu schnell. Ich hab die ganze Zeit Windschaden, komm nicht vorbei. Jawoll, er hat so ein richtiges Scheiß, Digga. Und ich hab einfach den Ignus bekommen. Jetzt gewinne ich. Und jetzt wird er Zweiter, oder wie? Wie geil ist das denn? 30 von 39. Dass ich gegen den Gleichen schon wieder fighte, ist ja unglaublich, oder? Aber jetzt mit dem Ignus hab ich jetzt, ich hab jetzt die Chance. Es kommt kein Auto mehr, oder? Digga, das ist so ein Vorsprung, ich gewinne jetzt. Der muss jetzt drin sein, Freunde, dieser Sieg. Nightmare Brutus. So, es kommt noch ein Auto. Scheiße, für die letzten Punkte kommt noch ein Auto. Ich hab so viel Vorsprung, Digga. Selbst mit dem Laster soll ich das jetzt holen, oder? Ja, Digga, ich krieg' nen Sportwagen. Easy Win. Digga, mit so einem Vorsprung. Win, sag ich dir jetzt ganz ehrlich. Alter, Finne. Da ist das Ziel. Haben wir Easy-Man-Siegel mit 11 Sekunden Vorsprung. Boom. Das ist er. Alter, war das eine Dominanz hier. Meine Güte. Ja, der Chica ist leider etwas weiter zurückgefallen, sagen wir mal ehrlich. Hä? Alter, mit 15 Sekunden Vorsprung war ich im Ziel. Ah, bist du. Nein! Digga, krass. 19. Du bist doch in deinem Ziel. Los, gib Gas! 20. Hier ist der 20. Jawoll! Drei Mal hintereinander, 19. 19. Eine Konstanz, sag ich dir. Ja, wirklich. Wo ist eigentlich Chica am Ende gelandet? Oh, der ist noch... hä? Er ist 19. Heißt der LXL? Du bist sogar vor ihm gelandet. Du bist einen Platz vor ihm gewesen am Ende. Krass. Das heißt, ich bin gut, oder? Genau. Du hast den Sieger der letzten Runde besiegt. Wow. Und ich habe mir den Sieg eingesteckt. Genau so sieht's aus. Ja! Wie soll man denn gewinnen, wenn es immer leckt? Versuch du mal mit 20er Pferde, so scheiß Parcours zu fahren hier. Dieses Rennen. Das ist wirklich schon hart, sag ich dir ehrlich. Diese Berggegenden, die sind zu anspruchsvoll. Für meine Grafikkarte. Ja. Da ist ein bisschen doof. Da ist ein bisschen doof. Kata! Er hat seinen Gildkunst für Platz 2. Und Freunde, da ist er. Nach dem zweiten Rennen ist er wieder zurück. Weiter geht's. Ja. Weiter geht's, Freunde. An diesen Motorrädern sind scheiße, Mann. Vor allem, die nehmen sich halt gar nichts. Die sind am einen und am gleichen. Die untersteuern, wie scheiße. Genau die gleichen Werte. Ich nehm den Wolfsbane, einfach weil er bei mir... So, wir haben wieder hier ein Ründchenrennen. Drei Runden in der Stadt. Und, würd mal sagen, viel Spaß. Ich bleib mal bei... Ich geh jetzt nochmal auf die Top 3, will ich mal sagen. 36... Ach komm! Ich mach mal Top 10. Find ich gut. Da kenn ich jetzt nichts. Find ich gut. Ich muss ja auch mal meinen Warnskill zeigen. Ja, aber... Nee, Digga. Das ist ja schon wieder dieses Cannonball. Da sind die Punkte schon wieder so scheiße gesetzt. So zufällig, ne? Ich glaub, ich muss nochmal zurücknehmen. Ja, Digga. Warum wählen die Leute diesen Modus? Ich weiß nicht mal, wie der... Achso, ja. Das ist wieder... Da muss man wieder die Route finden, so. Na, die sind wir schon mal gefahren, die Strecke, ne? Ja, Digga. Ich hab gar keine Ahnung, wo der Nächste ist. Ah, der ist direkt hier. Ist auch umfassend. Und jetzt? Oh, ja, da ist ein Transformer. Alles klar. Ich krieg direkt wieder ein Motorrad. Ja. Ah, Police Cruiser. Wo ist das Ding? Auf der Autobahn, oder was? Digga. Der war doch hier auf der Rückseite, ne? Ich hab keine Ahnung, wo man hier fährt. Easy. Erster, Freunde. Hä? Da müsste man hier wieder runter... Kommt man auf die Scheiß-Autobahn schon wieder rauf, Alter! War das hier so lang? Digga, ich hab grad gar keine Ahnung. Hier. Wow, Alter. Ich war einfach eine Straße zu... zu weit. Digga, was ist das hier für ein Scheiß? Ey, seit wann gibt's zweimal auf der Autobahn Punkt? Äh, zweimal? Ne. Ja, doch. Du musst nochmal hoch. Echt? Da musst du wieder runter. Alter, wie nervig. Ey, ich kenn die Route einfach nicht. Ich auch nicht. Also hier, die kann man auch nicht wirklich... Alter, Patsache. Patsache. Zweites Mal. Ja, ich kenn die Route noch nie. Ja, jetzt wieder runter, ey. So ein Scheiß. Und dann mal Sip da gerade. Mach das so? Ist weiter aktuell tatsächlich. Wow, krass. Aber es kann sich ja noch ändern. Okay, ich bin gleich in Runde 2. Jetzt kommt ja hier das nächste Fahrzeug. Astron. Wesentlich ist das gut. Mann, warum leckt es denn aber auch schon wieder so hardcore rum? Jetzt bist du mal wieder auf die Autobahn, ne? Boah, Digga. Ich krieg auch so ne Scheißkarre, ey. Mann, ey. Da bist du, ey. Moin. Du bist aber auch stark unterwegs. Muss man auch mal sagen, ne? Ohne, gib mir doch den Punkt, alter. Du hast einige Sekunden Vorsprung. Guck mal, meine Scheiße hier auch nicht. Boah, keinerlei Wille hat, hier zu fahren. Du wirst immer genau die Auffahrt weiter. Aber ich bin, bist du gerade Erster? Äh, ja, Tatsache. Ich bin nämlich Zweiter. Okay, das wär ja mal richtig geil. Aber das Problem ist, der Typ hat einen Motorrad gehabt und ist gerade über die Autobahnbarriere rübergesprungen. Ich muss jetzt außenrum fahren und dann bin ich Vierter. Ja. Aber Digga, ich würd dir das jetzt so gönnen mit dem Sieg, ne? Naja, pardon. Du hast noch nicht einmal gewonnen hier, oder? Ne. Ey, ich bin nicht Zweiter. Ey, nein! Das Spiel gönnt einfach nicht. Spiel gönnt. Ich hab' dieses 3-redbicke Fahrzeug. Oh, du hast nen Haufen Vorsprung. Ja, toll. Aber dann bringt mir wahrscheinlich auch nichts mehr, weil der kippt so leicht um. Ey, das ist schon wieder so unfair, ne? Ja. Ja. Das Spiel gönnt mir einfach nicht. Wenn ich es jetzt trotzdem schopfe, bin ich einfach der beste Spieler der Welt, wirklich. Ja. Aber ich bin einfach Zweiter und hinter mir ist gerade keiner. Da bist du. Ja, guck mal, da kommst du schon, ja. Ich kann halt jetzt nicht mehr schnell fahren mit der Schüssel. Die Kapi und ich. Aber wenn musst du nach mir ins Ziel fahren, dann musst du mir gönnen. Dass ich halt wirklich jetzt diese Dreckskarreel kriege, das ist so lächerlich. Ja, wie schnell du aufholst, Mann. Ja. Das ist so schlecht, das ist so lächerlich, wirklich. Wo ist denn der dritte Platz? Ja, der kippt um. Fass in mein Leben. Ja, gönn dir, gönn dir, ganz ehrlich. Da ist das Ziel da hinten. Nimm, nimm du. Oh nein, fahr schnell. Ah, der dritte ist direkt da. Ja, fahr schnell. Soll ich mach in die Karre, ist der größte Rotzhaufen. Das Problem ist, der dritte kommt da direkt. Der muss brem sein. Nein! Ich hab extra gewartet, hat es nicht gereicht. Ey, wieso ich bin ich auf so einem Scheißauger? Ich rasch das jetzt richtig aus, Mann. Ah, schade. Du geh mal hoch in so einem Server, wirklich. Das ist nicht mehr normal. Ah, das war bestimmt, das war saueng, oder? Ich sag, da läuft echt eine Verschwörung gegen mich. Das ist doch nicht mehr normal. Du siehst doch, dass ich es kann, Digga. Ich krieg einfach die dreckigen Fahrzeuge. 0,2 Sekunden. Wie viel Battler kann man denn haben in dem Spiel? Wirklich. Mega-Games, ja. Ey, so eine Scheiße. Ah, ich hätte es dir so gegönnt. Junge, ich hatte so einen Vorsprung. Ich krieg wahrscheinlich die behinderte Karre. Selbst der Trashmaster wäre besser gewesen. Der Tempo. Du kannst halt mit dem wirklich nicht in der Kurve fahren, weil der sofort umkippt. Das ist so lächerlich. Naja. Ich hab meinen Sieg aufgegeben, leider hat es am Ende dann doch nicht gereicht. Naja. Ich darf einfach nicht erster werden. Aber ganz ehrlich, Zweiter, Dritter, das ist auch unser bestes Ergebnis in dem Zufallskurs hier. Ist trotzdem schade. Kann man auch machen. Nicht schlecht. Trotzdem mit Wunsch an dich, brauchst du gar eine schnelle Runde. Wir hätten so locker geschafft, wenn ich ein vernünftiges Fahrzeug... Als mit vier Rädern, das hätte es schon gereicht. Naja, das ist richtig. Die letzte Kurve war nochmal ein bisschen schwierig. Trotzdem geiles Rennen, muss ich sagen. Ja. Sehr, sehr gut. Trotzdem ärgerlich. Man richtet sich halt auf. Jetzt hätte es sein können. Der Sieg wird noch kommen. Ich hätte das erste und einzige Mal, hätte ich mal gewinnen können. Und dann denkt sich mega, nein, er darf es nicht. Wir müssen was machen. Ja, das ist schon bitter. Auf der 2,0,159 Sekunden. Das war mega eng. Zum wunderbaren Abschluss. Gibt es nochmal ein weiteres Rennen auf dem Flugfeld. Mit dem Ramp Buggy geht es los. Und ja, das muss jetzt glaube ich erstmal ein bisschen frustlos werden. Aber nicht schlecht. Mein Ziel hast du erreicht. Du hast riskiert Top 10 und hast es aber mal sowas vor den Grunde Boden gesetzt. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich werde wahrscheinlich einfach jetzt so abfangen. Selbst mein Top 3 Ziel habe ich auch erreicht. Ich bleib bei Top 3. Ich bleib bei Top 10. Mhm. 34 sitzt noch. Ja. Kann man schaffen. Kann man schaffen, wenn das Spiel gönnt. Wenn das Spiel gönnt. Aber wir haben ja eben gesehen. Mit Weih im weiten Vorsprung erster Platz gewesen. Und dann kriegt man ein Dreirad. Dass du es dann trotzdem noch auf den zweiten schaffst, ist schon unbät. Oh, es ist über die gleiche Strecke. Die es nicht gesehen haben. Mit Dreirad ist dieses Auto von Mr. Bling gemeint. Dieses blaue Scheiß-Auto, was er immer zum Überschlagen bringt. Ja. Diese Rotschüssel. Damit musst du eine Runde und nur Kurven fahren. Das ist nicht possible. Das ist nicht possible. Das ist nicht possible. Alter, was das immer genennen. Das ist mal ne schöne. Jo. So habe ich es gern. Das ist auf jeden Fall mal ein saftiges Abschlussrennen, ne? Genau. Mann, mich ärgert das immer noch. Ich bin immer noch gebrochen. Aber komm, wir müssen das jetzt liegen lassen. Zweiter Platz ist auch. Okay, komm. Jetzt muss ein 1-2 kommen, Alter. Alter, der Apari ist ja mega schwer. Oh, der ist ja leicht. So. Komm, Junge. Jetzt passt mal hier bei dem 1. Platz. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht der Flugkapitän auf der 71er Fluglinie nach Palma. Da ist er ja vor mir, der Typ. Aber da kommt das erste Auto. Oh, FMJ GTE! Oh mein Gott! Ja, wahrscheinlich. Und da setzt er sich auf Platz 1. Das gibt's doch nicht. Ja, der neben mir hat den Nero. Ja, alter Titz. Nee, warte. Ich hab's hart. Eigentlich in Windschatten. Ich kenn' gar nicht den Wagen, aber der fährt sich unnormal krank. Nein! Nein! Tau-Tru! Nein! Steed! Ihr verkackten Arschpisser! Geht! Gib mir Windschatten! Fahr! Ja, Gott! Der Ticker ist aber genauso. Scheiße! Ah! Du hast mich halt in deinem Haken! Ich weiß nicht, wie ich dich loslasse! Oh, Hex! Jetzt geht's ab hier! Jawoll, Windschatten, ab geht's! Komm, könnt ihr Windschatten? Wir müssen uns pushen. Ah! Ich schaff' die Kurve dich. Motorrad ist halt eigentlich nur geil, weil du halt schnell um die Kurven kommst. Komm, gib mir doch Windschatten! Bist du Windschatten? Ja, Booster aktiviert, Junge. Jawoll. Ich bin in deinem Windschatten. Komm, Booster, 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 Booster! Gib mir noch Booster! Ach du, nichts! Oh Gott! Plan GT! Ich glaub' der ist auch nicht verkehrt. Ich hab auch einen Sportwagen. Jetzt geh's nach vorne, komm! Warum sind die drei Punkte? Oh Gott, ja. Ich auch. Figer, wir sind die ganze Zeit aneinander. Das gab's auch noch nicht. Boah! Alter! Junge, was ist das für ein Rennen, Mann? Das ist richtig unübersichtlich. Warte, das nächste Auto. Baller. Baller LE. Na gut. Nicht die geilste, leider. Echt jetzt? Forkett. Was? Ist doch gut. Na gut. Na gut. Alter! Oh mein Gott, ist meine Karre schwerfällig. Oh, komm. Nein! Oh Gott, die Korkette ist so scheiße, Digga. Die fährt sich richtig schlimm. Ah, der Gunlet Classic Custom, Alter. Oh Gott. 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 Boah, komm schon. Ich hatte wirklich ein gutes bisher, ne? Ne, zwei, sag ich mal. Der Schlagen GT und der FMJ GTE, die waren beide ganz gut, aber der Rest war so dünnschiss. So ein dünnschiss, komm jetzt Formula 1, haben wir gewonnen. Links, wie? Ja, besser als die anderen auf jeden Fall. Wir müssen noch mal ein paar Positionen gut machen. Ja, komm, ich bin doch gleich wieder bei meinem Ziel. Jawoll, der Posti ist die dritte, komm. Der Hustler. Och, ich bin auch schneller als der zweite. Komm, den hole ich. Ja. Wirklich nur Scheißfahrzeuge, das ist nicht mehr normal, ey. Alter, voll verbremst. Oh Gott. Nein! Wieso fahre ich so schlecht? Gerade weggeschmissen den Platz. Oh mein Gott, habe ich den Platz gerade weggeschmissen. Und jetzt... Oh nee, jetzt habe ich so einen... Druck? Nein, ich habe *** gefahren. Ja, weg ist der Platz. Mein Gott, Digga, was ist das für eine Karre? Mann, gib mir doch ein Renn mal was Brauchbares. Das ist doch nicht normal. Bist du? Ist auf meinem Account irgendwas da, dass man da so einen Scheiß machen muss? Welcher Platz bist du? Ich habe jetzt mal so einen schönen Code eingefügt, so. Every race, only bad cars. Das ist auf meinem Account hinterlegt. Ja, ich krieg das nächste Drecks, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Das Ding heißt Speedo. Es ist einfach so ein Van, der gerade mal 100 fährt. Ja, geil. Digga, ich habe auch so eine richtige Scheiß-Karre gerade. Ach, nee. Na gut. Ja, jetzt gut. Jetzt habe ich auch nichts mehr leider. Weil dieser kleine Spoiler da hinten drauf ist ja mal mega lustig. Ich mache den auf jeden Fall Casher, ne? Na ja, gut. Damit kann ich auf jeden Fall nichts verteidigen. Ja, dass der da nicht lenkt, war schon wieder klar. Hätte mir gerade wieder zwei Plätze gebracht. Nein, ich lenke einfach nicht. Und da ist gleich das Ziel. Oh, blazer. Ach, Digga. Ja, verkackt. Ja, da ist das Ziel, Digga. Scheiß. Oh, komm schon. Neunter, Alter. Mein erstes brauchbares Fahrzeug, wirklich. Mein Gott, ey. Und den habe ich nicht lange. Das ist ein Trophy Truck. Ja, super. Oh, Digga. Slack. Oh je. Eine Kurve nur noch. Komm, den holst du noch? Ja. Wieder die 19. Die 19 ist irgendwie deine Lieblingszahl heute. Ne, das Ganze vergessen. Hanri. Was sagen Sie dazu? Ich sage, dieses Spiel ist scheiße. Nein. Aber es ist halt schon lächerlich. Ja, es hört sich halt immer so viel direkt ankriege. Kann auch mal ein Rennen, mal keine. Reicht doch, wenn sie einfach mal alle vier Räder haben und nicht drei. Trotzdem dein bisher bestes Räder geben muss. Ja, zweiter Platz einmal. Kann man auf jeden Fall mal machen. Damit würde ich sagen, Freunde, das war's von dieser Folge. Nächste Folge sind wir wieder knackig bei den Game-Mods unterwegs. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.